Worauf können unsere Zuschauer sich freuen? Ja, wir werden, obwohl wir wenig Schnee haben, ein recht interessantes Programm anbieten. Es wird einen Sprungwettkampf geben, unser Leistungssportler, auf allen Schanzen. Danach werden wir einen Crosslauf mit einer Biathlon-Schießanlage anbieten. Wer sich dort versuchen will, leider ohne Schnee, aber man kann testen, wenn der Puls hochgeht, wie kann ich, treffsicher kann ich schießen. Es kann bei uns im Schnupperkurs, im Skispringen, wer sich das dann zutraut, durchgeführt werden. Wir haben Sprungski, wir haben Rutscher, wir haben Schuhe, wir haben Helme. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir freuen uns, dass das Wetter mitspielt und dass der Bad Freienwalder Wintersportverein es möglich macht, dass die Grundschule Kittem-Holwitz ihren ganz persönlichen Wintersporttag machen kann. Dank an den Wintersportverein! Dann haben wir einen Schießstand, vier Tonnen Schießstand, so wie es geht, das ist mit Läsergewehre. Dann können wir Büxen abwerfen, dann haben wir einen Himmel. Dann haben wir einen Schießstand, vier Tonnen Schießstand, vier Tonnen Schießstand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich heiße schon vor, einige begrüßen. Bis zum nächsten Mal. Ich heiße schon vor, dass meine Kolleginnen, Frau Prima und Dr. Hermrich noch möglichst zum Anfang springen mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.